Wow, dieser Titelscreen bezieht sich auf das Spielbrett Spaceland, welches wir uns im letzten Part zu Ende angeschaut haben. Zucker, richtig nice ey. Okay, drücke L und R und dann geht's auch weiter mit der dicken fetten Party. Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Mario Party Superstars. Bevor die Show losgeht, wollte ich mir hier noch gerne etwas anschauen. Das Datenhaus haben wir uns neulich angeschaut, aber das Optionshaus haben wir uns noch gar nicht reingezogen. Das könnten wir schnell machen. Oh, Shy Guy. Willkommen im Optionshaus. Hier kannst du diverse Einstellungen ändern. Hier gibt es was Neues zu entdecken. Sieh es dir doch mal an. Sticker Einstellungen. Okay. Sticker Sammlung. Anzeigen. Doch, doch. Das soll bitte weiterhin angezeigt werden. Hintergrundmusik ändern. Ach was, okay. Mhm, modern. Yoshis Tropeninsel, Spaceland. Und so weiter und so fort. Okay. Textgeschwindigkeit. Ja, okay. Daran könnte man eventuell etwas tun. Schnell. Ah, okay. Hier könnten wir auch einmal auf schnell gehen. Warum nicht? Dann kommen wir schneller voran. Hä, was ist denn passiert? Hm? Okay. So schnell verlässt man also das Optionshaus. Das ging aber richtig schnell. Gut. Dann sollten wir auch direkt mit der Party beginnen. Mario Party. Heute ist das dritte Spielbrett dran. Und dieses ziehen wir uns in diesem und im nächsten Part rein. Und hoffentlich können wir neue Minispiele wahrnehmen, die wir jetzt in den letzten Parts noch nicht wahrgenommen haben. Okay. Ja. Alles klar. Diesmal drücke ich nicht auf B. Den Fehler habe ich neulich schon gemacht. Wer nimmt an diesem Abenteuer teil? Dieses Mal möchte ich mit Waluigi unterwegs sein. Hm. Mario. Du warst glaube ich noch nicht da. Donkey Kong war im letzten Part am Start. Luigi war doch auch neulich am Start, ne? Mario auch. Yoshi auch. Ja gut. Eigentlich war ich schon mit allen Charakteren am Start. Ähm. Daisy. Und. Mario. Ich weiß nicht warum, aber. Neulich ist mir. Etwas aufgefallen. Daisy. Ja. Sieht schon so aus wie Mario. Ein wenig. Also da ist schon so eine Ähnlichkeit herauszuerkennen. Ich weiß nicht. Auf mich fällt das so. Yoshis Tropeninsel. Nope. Spaceland. Nope. Heute ist Peaches Geburtstagstorte dran. Überquere eine leckere Torte. Um Pflanze Erdbeerpflanzen. Das lohnt sich. 15 Runden. Ja. Geht klar. Ja. So machen wir das. Und. Im vorletzten Part meinte ich ja. Dass wir uns dieses Mal für dieses Minispielpoket entscheiden werden. Gamecube. Und los geht's. Die Party kann beginnen. Hooray. Ich gehe aber davon aus, dass das ein kurzes Let's Play sein wird. Also 10 Folgen mit ein paar extra Folgen eventuell. Und danach gibt es ja noch den Online Modus und den kann man sich ganz schön oft antun. Da wären wir. Das ist Peaches Geburtstagstorte. Wow. Hammer. Hammer. Peaches Birthday Cake. Richtig cool, oder? Diese Torte ist eins für den Geburtstag einer besonderen Prinzessin entstanden. Sogar die Kerzen waren seiner Zeit riesig. Es war nicht leicht, sie alle anzuzünden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was wir jetzt feiern. Zurecht. Nun, wir wollen wieder eine Geburt feiern. Die Geburt eines neuen Superstars. Alles klar? Wir möchten, dass ihr euch darum bemüht, Superstar zu werden. Wird gemacht, Mann. Den Ehrgeiz dazu habt ihr alle, sobald ich sehe. Also gehen wir die Sache an. Endlich. Ich muss mich hier direkt um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Das macht er jedes Mal und jetzt kommt Toad. Ab jetzt übernimmt Toad. Ja, war klar. Alles klar. Hey, Leute. Dann leite ich euch ab jetzt wohl an. Spielt ihr zum ersten Mal auf diesem Brett? Sagen wir mal ja. Thema. Dann erkläre ich euch mal alles Wissenswerte. Das Spielbrett sieht lecker aus. Hm. Aber was sind das für Paare von Feldern in Grün? Wow, lecker. Richtig lecker. Vorsicht vor dem Bowserfeld und roten Feldern auf dem Weg über den Pudding. Gumba. Wer aufmerksam ist, entdeckt in der Nähe des Puddings vielleicht einen Gumba. Dieser Gumba entscheidet, welchen Weg du nimmst. Also ruhig mal vorbeischauen. Zuerst würfeln wir um die Zugreihenfolge. Ähm. Neun? Ah, eins. Geil, ey. Heftig. Ja, und ich mach den vierten Zug. Na toll. Na toll. Soweit, so gut. Und wo ist der Stern? Ja, Toad, der zeigt dich. Da ist sie. Die Pummelfee. Toadette. Hier ist der Stern. Hallo. Oh, sie ist so cool. Auf dem Weg hierher solltet ihr unbedingt Münzen sammeln. Stimmt. 20 Münzen immer. Erst dann gibt es den Stern bei Toadette. Also nicht das erreichen, sondern auch Münzen dabei haben. Richtig, richtig und so. Jetzt ist alles bereit. Dann legen wir los. Also Leute, gebt euer Bestes. Runde 1. Okay. Jetzt müssen wir erstmal warten. Aber das geht ziemlich schnell. Gut, dass ich das auch eben in den Einstellungen so eingestellt habe. Bisschen Zeitspannen und so. Boah, Doppelwürfel gleich zu Beginn. Nicht schlecht, ey. Das nervt mich zwar, aber... Gut, ich muss das jetzt akzeptieren. Ja, und sie hat eiskalt die 6. Das rote Feld. Könnte ich hier. Haha. So ist das halt. Was soll ich machen? Eiskalt die 9. Boah, heftiger Typ, ey. Naja, im Moment gibt es noch 3 Münzen, aber später 6, wenn man auf blauen Feldern steht. Ah, jetzt bin ich dran. Komm. Kommt dann 1. Nein. Weg mit Barrio. Aber wir können jetzt noch nicht duellieren, ne? Ist noch viel zu früh. Minispiel, jetzt geht's los. Komm, Daisy. Tor. Reifenrüpel. Voll die Alliteration hier. Einzelspieler versuche, die Reifen des Teams platzen zu lassen. Teamspieler reicht aus, um unverzerrt das Ziel zu erreichen. Das hört sich gut an. Okay, alles klar. Gut. Ich sollte auch mal bremsen, aber das war ja nur eine Übung. So. Reifen zum Platzen bringen. Verdammt, ich Vollidiot. Ich muss abhauen von Daisy. Ich bin richtig stupid. Ich habe das ja später realisiert, nachdem ich gefällt habe. Ja, das war's dann. Ja. Ziemlich blöd gelaufen, Kanscha. Ich weiß nicht. Ich habe als erstes Fario, glaube ich, attackiert. Und dann dachte ich, hey, ich kann doch auch zu Daisy gehen. Ich meine, sie ist ja noch da hinten. Aber voll vergessen, dass sie diejenige ist, die gerade am Reifen ist. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich fühle mich so lost und blabiert und ich habe kassiert. Oh Mann. Aber dennoch haben wir gewonnen. Also ist alles gut. Aber dennoch war das voll die peinliche Aktion. Mist. Na ja, was soll's. So sollte es sein. Mario ist am Zug. Und schon geht's weiter mit der zweiten Runde. Allerdings haben wir schon die achte Minute erreicht. Aber gut, in den ersten Minuten haben wir uns hier noch das Optionshaus angeschaut. Vielleicht können wir uns im übernächsten Part den Mini-Berg anschauen. Ah, ja. Aha. Weiskalt die acht. Ja, 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 ja. Okay. Nice. Wario steht neben der Wario-Statue. Föcke ich jetzt erst? Nice. Ich bin jetzt schon dran. Zehn. Hammer. Glücksfeld. Junge. Mir geht sowas von gut. Und ich habe schon 23 Münzen. Gib mir 20. Oder 15. Nehme ich auch. Hammer. Minispiel. Okay. Dieses Mal will ich ein bisschen länger durchhalten. Ja, kommt gleich in den ersten Sekunden zu verlieren. Das ist so schade. Okay. Vermeide einen Absturz und halte bis zum Ende durch. Bin ich da gerade runtergefallen? Okay. Ach. Man kann auch schlagen. Okay. Ah, wie cool, ey. Ist hier voll verrückt. Okay, bleib da stehen. Wo bin ich? Da bin ich. Aufpassen. Hä? Wie jetzt? Wie jetzt? Ich bin runtergefallen. Egal. Dem Mario gönne ich das irgendwie. Ach, schade, ey. Bin, glaube ich, einmal zu viel gesprungen. Ah, alles okay. Alles okay. Noch ist alles in Ordnung. 41 Münzen schon. Das ist doch voll okay. Ja, da gönnt er sich einfach mal den ersten Stern. Mach ich auch gleich. Hurray. Oh, die Qualität ist so schön. Also diejenigen unter uns, die sich die M64-Teile so ziemlich oft angetan haben, verspüren bestimmt eine, ja, große Freude, während sie dieses Spiel zocken. Ich meine, wenn man sich diese Grafik anschaut und dann halt mit den älteren Grafiken diese vergleicht, da liegen ja Welten doch. Übel schön. Und wenn man noch daran denkt, dass man jetzt im Online-Modus unterwegs sein kann, das ist ja mega abgefahren. Ah, maai. 4. Nice. Ich kann mir jetzt auch einen Stern holen. No, ma, 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 ma. Okay, dieser Stern gehört dir. Nice und drei Münzen. Ist doch schön. Ich könnte mir jetzt noch einen Stern gönnen. Allerdings muss ich 3-3 wieder erreichen. Da ist das dritte Minispiel. Sehr schön. Das geht ja rucki zucki jetzt. Der liegt tatsächlich an den Einstellungen. Geh dich beim Snowboard. Sprung weiter um die eigene Achse als die Konkurrenz. Ach was. Mega heftig. Okay. Das ist mega heftig. Okay. Okay. Abgefahren. Abgefahren. 1440 Grad. Springt man automatisch oder muss man das auch machen? Oh, willst du mich reinlegen? Hä, wie soll ich das denn toppen? Daisy ey, was war das denn? Was geht denn bei dem ab? 2160. Hä? Oh ne ey, ich hab jetzt schon V, glaub ich. Ja. Mist ey. 1440. Aber so schwierig war das gar nicht. Oh ne ey, so schwierig war das gar nicht. Ich hab zu langsam gedrückt. Es hätte auch eigentlich gereicht, wenn man sich im Kreis dreht. Aber ich bin darauf super später gekommen. Aber ich benedige immer noch den ersten Platz. Naja, ist okay. Runde 4. Runde 4. 10 Münzen. Boah ey, du hast es gut. Und er wäre normalerweise auf dem roten Feld, aber doch nicht. Naja, was heißt normalerweise? Er hat halt nicht die notwendige Zahl erwischt. Naja, was schnackst du schon wieder? Ich bin so los unterwegs, tut mir leid. Ich glaube, das liegt daran, weil man ja auch hier warten muss. Und wenn man daran denkt, dass das noch Computergegner sind. Ich ziehe trotzdem durch. Okay. Ergänzt sich seinen ersten Stern. Diese Nebengeräusche sind so cool. Aber realistisch. Finde ich nice. Okay. 10. Endlich. Nebenan wird Staub gesaugt und mein Handy vibriert die ganze Zeit auf der linken Seite. Ich bin sowas von unkonzentriert. Oh Mann ey, und dann bekomme ich die 10. So habe ich halt die Probleme vergessen. Was könnte ich mir kaufen? Hm, sollte ich mir etwas kaufen? Hm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Doch, Doppelwürfel gönne ich mir einfach. Warum nicht, wenn ich schon mal hier bin? Yay. Gleich war das sogar gut. Okay. Zeit für die Blumenlotterie. 10 Münzen bringen dich an Ziel deiner Träume. Oh nein. Jetzt habe ich da doch 11 Münzen. Dann wähle einen Blumensamen aus. Nur einer bringt den Hauptgewinn. Ich nehme diesen Kollegen. Dann schauen wir doch mal. Los geht's. Was passiert eigentlich? Wow. Eine Blume. Tja, leider ist hier ein Besuch bei König Bosa nicht vergönnt. Nicht fein, okay? Hä? Ist das gut oder schlecht? Check ich nicht. Und nun, was mache ich jetzt? Was? War Luigi hat einen versteckten Block gefunden. Was mache ich jetzt? Oh, wie viele Münzen habe ich gerade bekommen? 12. Sehr schön. Ey, das ist cool gerade. Jetzt muss ich nur noch dieses Minispiel gewinnen. So, Daisy. Okay. Münzbart. Äh, Münzband. Ich habe Münzbart gelesen. Gumbagatter? Oh. Lasse den Käfig im richtigen Moment fallen, um so viele Gumbas wie möglich zu fangen. Heftig. Osmaioparty 6. Hammer. Der Teil war auch ziemlich fresh. Kann ich auch mal demnächst machen. Hier auf dem Kanal. Ah, ich glaube, das war zu früh. Äh. Habe ich den goldenen Gumbag erwischt? Ich habe noch einen Gumbag. Zwei Gumbas. Drei Gumbas. Oh, da hat jemand den goldenen Gumbag. Heftig. Plus drei Augen. Ey, Waluigi, würdest du mich reinlegen? Das reicht, ey. Mist, schon wieder verloren. Mich sieht das gar nicht so gut aus, ne? Oh, man. Okay, wenn man eine lowe Zahl erwischt, dann ist das so. Aber in den Minispielen, da kann man schon was machen. Also, damit meine ich halt, dass man schon selbst verantwortlich ist. Und ich habe halt schlecht gespielt. So schlecht wie das kommentieren heute. Leute, Leute, Leute. Was geht denn da ab? Warum freut sich jetzt der Mario? Das werden wir gleich erfahren. Mein Stern ist noch da. Ja. Zehn Münzen. Die könnte ich auch gut gebrochen. Ha, ich liebe die Reaktion von Daisy. Die ist so genial, ey. Wow. Hammer. Einfach nur genial. Ist mir auch im letzten oder vorletzten Part aufgefallen. Ich habe mich verliebt. Wow. Doppelwürfel. Ja. Schadet nicht. Oh, by the way. Das Item sollte ich auch mal verwenden. Jetzt schon vielleicht. Ähm. Du darfst das erhaltene Item sofort einsetzen. Möchtest du das tun? Ja, das sagst du immer, ne? Aber daran habe ich auch gerade gedacht. Äh. Okay, Würfel. Sechs. Oh mein Gott, ich habe wirklich zehn erwischt. Ja, zehn Münzen. So dead, wo bist du so dead? Okay, Ereignisfeld. Mario hat sich gefreut gehabt. Äh. Und er bekommt jetzt die Münzen. Ich checke es. Deswegen hat er sich gefreut. Bonus Minispiel Münzen mal zwei. Grandios. Jetzt muss ich gewinnen. Geld am laufenden Band. Boah, ich muss jetzt unbedingt gewinnen. Oh ne, nicht dieses Minispiel. Das ist voll brutal. Hm. Hm. Egal, ich muss jetzt da durch. Okay, aufpassen. Vor den ganzen Süßigkeiten. Ey, das ist voll nervig. Ey. Oh man. Die stehen ja auch vor allem. Ja, toll. Wie soll ich denn eine Münze bekommen? Mario die ganze Zeit da vorne ist. Oh, oh, oh. Komm jetzt. Oh, never ever. Aber der Geldsack ist auch jetzt auf Aaluigi gefallen. Geht das? Ja, guck mal wie die schummelt. Die chillt doch da. Na toll. Aber wir haben gewonnen, oder? Ja. Mal zwei. Also 24. Goldig. Oh, Mario belegt gerade den ersten Platz. Da er 67 Münzen hat. Okay, alles klar. Runde sechs. Ist noch viel zu früh, den Part zu beenden. Viel zu früh. Ähm, wobei. Die Runde ziehen wir auf jeden Fall durch. Ja, warum nicht? Weil die letzten Parts waren etwas länger. Jetzt auf dieses LP bezogen. Dann kann ja dieser Part gerne etwas kürzer sein. Und der nächste Part wird dann, denke ich, so 20, 30 Minuten lang werden wieder. Ja, aber das liegt wirklich an den Einstellungen jetzt. Ich glaube, das hat was gebraucht. Uh, 2x9. Da kann sich der Mario freuen. Und, darf er Bowser besuchen? Nein. Was denkt sich eigentlich Bowser, wer er ist? Oh, oh. Nice, jetzt bin ich wieder dran. Einen Augenblick. Ich möchte mir kurz das Spielbreit anschauen. Ähm. Bin da und Toilette ist da. Ja, okay. Ich bin auf dem richtigen Weg. Also es ist gut. Komm, eine hohe Zahl. Und zwar 10. Nicht das rote Feld. Oh nein. Mist, äh. Ich verliere schon wieder meine Münzen. Oh nee, ey. Acht Münzen einfach weg. Na egal. Wir können uns jetzt erstmal das Minispiel antun. Und dann kann ich vielleicht wieder Münzen klar machen. Himmelsreichtum. Zurück zum Absender. Drückt die aufleuchtenden Knöpfe, um die Bob-Bombs in Richtung eurer Gegner zu schicken. Zehn Treffer bringen den Sieg. Bewegen. Ah, knapp. Okay. Okay, alles klar. Check ich. Check ich. Man muss auf jeden Fall schnell sein. Okay. Hier. Genau. Oh, komm schon. Komm schon. Du musst auch Daisy helfen, Hunter. Hier. Genau. Du kümmerst dich hier auf die rechte, äh, du kümmerst dich um die rechte Seite und Daisy kümmert sich um die rechte Seite. Nice, wir haben gewonnen, Daisy. Hallo, ich bin voll der Romantiker. Ich hab eine Dose dabei. Okay, nice. Runde sieben, okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier einfach mal pausieren. Wobei, nee, das geht nicht. Das geht jetzt nicht. Wobei, das geht schon, aber ich bin zu spät. Dann ziehen wir diese Runde auch noch schnell durch. Oder, sobald ich dran bin, pausieren wir. Ja, warum nicht? Ich bin letzter und danach beginnt auch die achte Runde. Geht schon klar. Hier. Yeah. Da freut er sich. Na toll. 30? Er ist ja richtig wild unterwegs. Ouch. Stern? Oh nein. Das ist richtig gemein. Na, was soll's. Ich bin schon gespannt, was im nächsten Part passieren wird. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass ich euch im nächsten Part wiedersehen werde. Macht es gut und tschüssi.